Hallo und Willkommen zurück zu GoldenEye Ich hab gesagt in der folgenden Folge am Ende noch Wir machen es jetzt ein bisschen anders Ich hab gespeichert Ich hab's selbst durchgemacht Weißt du, wir sind nicht gewollt, aber... Ich hab keinen Bock den Anfang immer wieder zu machen Und wo? Hörst du auf? Aua! Und wo? Ich hab sie gut versteckt Und wo? Und wo? Und wo? Und wo? Und wo? Und wo? Tut mir leid? Kann ich nicht Und wo? Kann ich das nicht Ich hab's nicht Aber ich hab' nicht Polizei Polizei Laden Jemand So I am invincible Ok Bäh! Aaaaaaaahhh... ...back to the surface... ...lauft den hinterher... ...bist du hinter dieser Türbürst? Gut... So, machen wir mal kurz das... ...Lied... ...ja... ...pattak Natalia... ...ist glaub ich auch... ...gleich geschafft... ...de Zeitpunkt zum Speichern... ...auslockt... ...okay... ...ja... ...schieß mich doch nicht noch weiter zurück... ...du... ...ja... 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 ...habs verstanden... ...wo geht's lang? ... ...ja... 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 ...gibt's hier irgend natürlich etwas... ...ja... ...ja... Oh mein Gott, das ist richtig Oh 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 Getsu Wuh, ha 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 Da geht's so Oh, 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 oh. Und... Wie soll ich schießen, wenn die ganze Zeit... ...nichts passiert? Ohohoho! Ich wurde gar nicht getroffen, das ist Bullshit! Von wem bitte? Na aufhören die ganze Zeit hinterher zu kommen? Au! Wie soll ich? Ich kann nicht schießen! Ach maaaannn! Da werden da zwei Leute stehen! Wie soll ich das machen? ... 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 Das war's. Ich weiss auch nicht wieso ein Tisch explodieren sollte, aber okay Ich versteh nicht was ich... Wo ich hier was kaputt machen soll Ganz besonders da ich ja... Alles schon kaputt gemacht hab Ähm, ja Ich weiss nicht Wie gesagt, das ist ja... Wie äh Oh, hier kann ich durch Oh, hier ist ein Secret Super Ich weiß aber trotzdem nicht, dass... Eigentliche Locations Eigentlich nur ein Spawn-Outo ist Ich hab keine Ahnung was ich machen soll Das lockt, das heißt ich komm gar nicht zurück Also doch Ich würd auf eine Art und Weise zurückkommen Aber ich glaub nicht, dass ich da was machen muss Das ist halt das Problem, ich war schon überall Ich muss mich kaputt machen Ich muss mich kaputt machen Äh War hier drin schon? Ja stimmt, das ist der Raum Ich muss mich kaputt machen Ich muss mich kaputt machen Und dann kann ich... Ich muss mich kaputt machen Das ist aber nicht kaputt machen Danke, dass ich mich kaputt mache Ich glaub zwar nicht, dass ich die kaputt machen soll, aber ich mach's einfach. Um nochmal sicher zu gehen. Der Tür schon? Ja, war ich schon. So, und da war nichts. Bin ich wieder hier. Ich bin's auch nicht. So, es lockt. So, es lockt. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020